Oh ja. Oh ja. Wallah, es wird wild, Jungs. Über mir. Einer K.O. Wie er mir den K.O. geklaut hat der wieder. Gregor, hier ist dein SPR, die du so feierst. Ah, ich hätte lieber die K. Aber nehme ich. Die anderen sind unter uns. Okay. Oh, ich habe Snipes bekommen. Von da irgendwo. Oh, bei uns landet einer. Ich komme hoch. Wir sind draußen. Knocked. Einer broke. Noch einer knocked. Locked rechts. Noch hinter uns, hinter uns, hinter uns. Lifetag, Johnny. Lifetag. Der Rest jetzt. Und sein Teammate ist auch da. Drei Leute. On my body. Okay, never mind, ich bin dead. Komm wieder. Kleiner auf dem Dach. Komm raus. Zu deiner Tür, Johnny. VLK mit Visier. Was geht ab? Oh, ich glaube, du hast Slug-Munition da drin. Vom M-Down. Vom Hip-Fire Visier her. Oh ja, okay. Wild. Okay, ich habe nur eine Marshal. Treppe rechts. Treppe rechts, Treppe rechts. Einer, einer Treppe rechts. Ist runter. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Noch einer, noch einer Treppe rechts. Der fackt mich ja richtig ab. Broke, broke, Treppe rechts, broke, Treppe rechts. Kommt, pusht mich. Oh, 10 von 10. Ich hole dich, da ist aber noch einer. Ich hole dich, da ist aber noch einer. Das ist geil. Wollte ich noch Platten? Ja, bitte. Fein. Ich glaube, der ist auf dem Dach oben. Oh ja. Oder draußen. Oh ja. Aufs Dach kurz. Oh. 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 Oh, mein Herz. Haben wir noch Platten? Ne. Können wir uns zum Schaft kaufen. Einer ist auf dem Wasserturm. Den hab ich drauf. Ich brauch Geld für den Plattenbundle. Ja, hier, hier, hier. Bei mir. Haben wir zu dir. Über mir. Oh ja. Außen noch einer, außen noch einer. Unter uns. Komm runter. Wir sind durch. Broke. Raus aus dem Fenster. Ja, aus dem Fenster raus. Ja. Hier ist noch eine andere. K.O. Der eine, K.O. Wessen Stun war das? Nicht meine. Loll. Haben eine Menge Cash eigentlich. Ich hab noch eine Drohne, ne. Kann ich anmachen. Ja, mach mal. Mach mal auf jeden Fall. Ja, ja. Model 680 ist wirklich die Shotgun to go in dem Modus. Die hat echt range. Ja. Die finde ich auch richtig nice, muss ich sagen. Boah, das ist eine grobe Rotation. Jungs, hier ist so ein unterirdischer Eingang zum Prison Rhein. Wenn wir dahin rotieren, müssen wir uns uns hier nicht mit außen abgeben. Und auf dem Weg bis dahin ist keiner mehr. Aber wir hätten hier rechts auch noch einen Shop. Ja, das machen wir. Sehr schlau. Kaufe da nochmal, schnell. Kaufe ein Selfress. Ja, lass mal Selfies kaufen. Ja, oder Selfress. Ja, ja, ja. Ja. Cash please. Ja. Los. 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 Los, von wo denn? Von vor uns, vor uns, vor uns. Ja, vor uns. Pack mich nocht. Ich hab mich nocht. Oh. Ich hab dich. 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 Ja. Ich hab dich noch gesehen, wie ihm der Kopf weggeblasen würde. Ja. Wo? Philipp, die nächste. Links in Mech, links in Mech. Oh, er hat mich. ich zieh durch ich meine mir ich möchte immer wieder hochgehen ja wenn wir uns hier halten wäre nice gerade unten heli ist hier ausgestiegen ja ich muss hier oben aussitzen das hat mich vom treppenhaus abgeschnitten johnny warte mal du bist gerade alleine krieger brauchst du noch platten da springt einer über mir level über mir der ist oben am dach da kommst du richtig hoch gar nicht du kannst außen es gibt außen eine leiter aber wenn er wenn er die abend sind wir gefickt hinterm heli da und hinterm heli hinterm heli ist wie noch hinter uns johnny brauche Hilfe johnny live tag oh man ich höre die steppen links hier 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 vor mir vor mir vor mir vor mir vor mir ja voll let's go ey das hättet ihr grad sehen müssen was ich wir haben grad so'n sniper und shotgun auf rebirth sie geholt nice geile runde geile runde die 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 die